Hallo zusammen, mein Name ist Adese Wolf und ich bin Health und Life Coach. Ich probiere heute einen neuen Dialat Slow Juicer aus und bin schon ganz gespannt, was drin ist. Ich sehe, dass es hier wirklich nur wenige Teile zum Zusammenbauen gibt. Die Vorbereitungen sehen wirklich sehr einfach aus. Momentan trinke ich täglich grüne Säfte zu Hause. Wenn du lieber einen Smoothie trinken möchtest, kannst du auch einfach das Sieb austauschen. Ein grüner Saft wirkt aufgrund der enorm hohen Vitamindichte wie ein richtiger Immunpasta. Dein Safter ist unglaublich leise und super einfach zu bedienen. Sieh dir das Fruchtfleisch an. Es ist knochentrocken und genau das, was man wirklich sehen möchte. Das bedeutet nämlich, dass alle Nährstoffe wirklich in deinem Saft sind und nicht weggeworfen werden. Der Saft sieht so grün aus, ich kann es gar nicht abwarten, ihn zu trinken. Es ist mittlerweile eine tägliche Routine bei mir morgens geworden, einen grünen Saft zu trinken. Und ich habe das Gefühl, er versorgt meinen ganzen Körper und meine ganzen Zellen mit, ja, richtig wie eine Nährstoffbombe. Der Dalat Entsafter war der perfekte Entsafter für mich. Also er ist super easy im Handling, er ist leicht zu reinigen und aufzubauen und der Saft wird einfach toll. Und ich freue mich schon, dieses Ritual täglich in meine Routine mit einzunehmen und werde denke ich auch mal Nussmilch oder auch Suppen ausprobieren und du solltest das unbedingt auch mal machen. Auf winning! Bis zum nächsten Mal!